Hallo, ich befinde mich hier in Azuna und mag die Weltquest Eindringlinge machen. Die befindet sich hier. Hierbei muss ich einfach Mops der Region töten. So, dieser Hund gibt mir schon 8%. Dann mache ich mal weiter. Hier sind gleich zwei. Geht ganz gut voran. 48%. Hier ist ein Kurs vom Mop. Sogar ein seltener Mop. Mal schauen, wie weit mich das bringt. Bis 64%. Also nicht besonders. Da ist noch einer. Also, ein gewiss vom Mop. Ich schätze mal, dass Flash hat nur Wirkung, wenn diese... Äh, meiner Pilscher in der Nähe sind. Aber ich weiß es jetzt nicht genau. Ich will euch ja auch keine Märchen erzählen. Dann suche ich mal weiter. Ich will hier auch ein paar Füchte. Die FD-Archiv zählen auch dazu. Und damit ist die Weltquest erledigt. Hoffe ich konnte euch helfen. Tschüss. Tanke Katzen. Tanke Katzen. Tja.